Herzlich willkommen bei Nextmove, aus gegebenem Anlass heute eine Sondersendung zum Thema THG-Quote. Für E-Auto-Besitzer mit eigener Warbox winkt jetzt vielleicht noch mehr Geld. Aktuell sind ja bis zu 400 Euro fürs Auto möglich und jetzt nochmal das gleiche oder sogar noch mehr für die eigene Warbox. Und neu, auch Plug-in-Hybrid-Benutzer könnten profitieren, das Ganze steuerfrei. Aber die Sache hat gleich mehrere Haken und ist umstritten. Wir berichten über das Drama der letzten Tage, die wichtigsten Infos, Stolperfallen und aktuelle Entwicklung jetzt im Video. Nochmal kurz zum Einstieg. Hinter der Abkürzung THG-Quote verbirgt sich die sogenannte Treibhausgasminderungsquote. Wir hatten im September hier erstmals auf dem Kanal darüber berichtet, seitdem ist aber viel passiert. Hintergrund ist die Pflicht der Energiewirtschaft, also zum Beispiel Mineralölkonzerne, beim Verkauf von Diesel und Benzin gesetzlich festgeschriebene Minderungen der Treibhausgasemissionen über die Jahre für diese Kraftstoffe zu erfüllen. Die benötigten Emissionsminderungen können zum Beispiel erreicht werden, indem die Firmen zusätzliche alternative klimaschonende Kraftstoffe in Verkehr bringen, die wenig oder kein klimaschädliches CO2 freisetzen. Da elektrisch angetriebene Fahrzeuge nachweislich weniger CO2-Emissionen als Verbrenner verursachen, können auch E-Autos zur Minderung der Quote eingesetzt werden. Vereinfacht, der Dieselfahrer zahlt an der Zapfsäule ein paar Cent mehr und die Kohle landet auf dem Konto der E-Auto-Nutzer. Aktuell sind bis zu 400 Euro garantiert möglich, zum Beispiel bei Geld für E-Auto. Nutzt gerne unseren Referring zur Registrierung eures Autos. Wir bekommen eine Provision, aber erst dann, wenn das Geld auf eurem Konto ist. Jetzt geht das Thema in die nächste Runde. Quote für Ladestationen auch für private Kunden. Auch hier gibt es Vergütungen. Die großen Betreiber von Ladestationen in Deutschland kassieren alle fleißig ihre Quoten an ihren Ladestationen. Aber wie definiert sich eigentlich eine öffentliche Ladestation? Und ist so eine THG-Quote, wir reden da aktuell über bis zu 18 Cent pro Kilowattstunde, nicht ein attraktiver Anreiz, um weitere Ladestationen öffentlich zu machen, die eigentlich gar nicht öffentlich geplant waren? Da ich als Einzelnutzer die Quote ja nicht selbst vermarkten kann, haben Dienstleister jetzt eine neue Geschäftsidee entwickelt und unterstützen Privatkunden dabei, für eine ehemals private Station jetzt mehrere 100 Euro im Jahr zu kassieren. Gestartet sind mit einem Privatkundenangebot Geld für E-Auto vor ca. einer Woche. Ein Artikel bei Heise Online, der das neue Angebot beleuchtet, ging wie ein Lauffeuer durch die Community. Aber wie soll das Ganze funktionieren? Voraussetzungen. Alles dreht sich um die LSV, die Ladesäulenverordnung. Hier die wichtigsten Punkte für öffentliche Ladestationen. Öffentlicher Zugang. Also zum einen die theoretische, physische Möglichkeit für Dritte, die Ladestationen zu erreichen. Zum Beispiel durch Öffnen des Garagentores. Das kann natürlich über Öffnungszeiten reguliert werden oder man legt fest, dass sich Dritte vorher anmelden müssen. Was sagt die Bundesnetzagentur dazu? Sind Öffnungszeiten relevant für die öffentliche Zugänglichkeit, also für die Definition des Begriffs? Nein, die durchgehende Erreichbarkeit und Nutzbarkeit eines öffentlich zugänglichen Ladepunktes gehörten nicht zu den Anforderungen der Ladesäulenverordnung. Eingeschränkte Öffnungszeiten sind daher kein Kriterium für die Beurteilung, ob ein Ladepunkt als öffentlich zugänglich zu bewerten ist. Die Ladesäulenverordnung ist Voraussetzung für eine Anmeldung der Station bei der Bundesnetzagentur und die Anmeldung bei der Bundesnetzagentur wiederum die Voraussetzung für die Teilnahme am Quotenhandel. Bei der Bundesnetzagentur gibt es ein Online-Formular und ein großes Verzeichnis mit aktuell über 60.000 Stationen. Aber man muss seine Ladestation dorthin nur melden und nicht zwangsläufig im Verzeichnis veröffentlichen. Man kann dem nämlich widersprechen. Wichtig, meine Meldung beim Netzbetreiber ist nicht zu verwechseln mit einer Meldung an die Bundesnetzagentur. Was sind die technischen Voraussetzungen Stecker-Typ-Eichrecht-Bezahlmöglichkeit? Stecker ist klar geregelt, Typ 2 oder CCS, also meistens Typ 2. Es wird eine Schnittstelle zum Beispiel zur Erfassung des aktuellen Belegungsstatus gefordert. Diese muss aber nur vorgehalten werden und nicht aktiv sein. Alle Wallboxen aus der letzten KfW-Förderung haben so eine Schnittstelle, denn dort war das auch Voraussetzung. Eichrecht- und Ad-Hoc-Bezahlung kann man umgehen, indem man vorgibt, den Strom zu verschenken. Muss ich die geladenen Kilowattstunden nachweisen? Im ersten Schritt nicht, ihr habt es richtig gehört. Der Quotenhandel läuft zunächst auf Vertrauensbasis. Ich melde einfach, was in einer bestimmten Zeit verladen wurde. Bei unplausiblen Angaben oder bei konkreten Prüfungen sollte ich natürlich in der Lage sein, einen Nachweis vorzulegen, zum Beispiel dokumentierte Zählerstände. So einfach sollte das Ganze funktionieren. Geld für E-Auto ist als erstes gestartet und bietet 10 Cent pro Kilowattstunde. Das wäre eine Rückvergütung von ca. ein Drittel bis ein Viertel der Stromkosten. Das Ganze natürlich steuerfrei. Wir hatten übrigens als erstes großes Medium über die steuerfreie Vereinnahmung der THG-Quote berichtet. Hintergrund ist, dass die Beträge keiner Einkommensart zugeordnet werden konnten. Noch so ein Schlupfloch. Und noch besser, auch Plug-in-Fahrer können profitieren, denn bei der Fahrzeugquote sind Plug-ins ausgeschlossen. Aber so eine Ladestation kann natürlich nicht unterscheiden, welches Auto jetzt gerade die Kilowattstunden zieht. Das Ganze klingt auf den ersten Blick vielleicht ziemlich schräg und konstruiert. Aber warum soll es diese Fälle nicht auch in der Praxis geben? Und natürlich kam, wie von uns erwartet, eine heftige Dynamik in das Thema. Wir hatten das ehrlich gesagt erwartet und deshalb das Thema noch nicht am vergangenen Freitag in die News mit platziert. Nächster Medienartikel bei Golem. Das fragwürdige Abkassieren mit der eigenen Wallbox. Findige Vermittler bieten privaten Wallbox-Besitzern Zusatzeinnahmen für ihren Ladestrom. Wettbewerber sind empört. Im Artikel heißt es zum Beispiel, das Vorgehen ruft bei den Wettbewerbern sofort Kritik hervor. Sowas geht gar nicht. Hier werden Kunden zu unwahren Angaben angestiftet. Letztlich schade das der ganzen E-Mobilität, sagt Mark Schubert vom Anbieter Elektro-Vorteil. Das war am 15. August. Was meint ihr dazu? Legal oder fragwürdig? Schreibt es in die Kommentare. Einfach nur ein Ja für Machen oder ein Nein für Unanständig. Natürlich dürft ihr gerne eure Meinung auch begründen. Wir lesen fleißig mit. Aber es kommt noch heftiger, also bis zum Schluss dranbleiben. Drei Tage nach dem Golem-Artikel sendete der gleiche THG-Händler Elektro-Vorteil, der sich kurz zuvor noch abweisend geäußert hatte, folgende Mail an seine Kunden. Aufgrund jüngster Medienberichte und zahlreicher Kundenanfragen möchten wir Ihnen diese Funktionserweiterung verkünden. Und weiter? Ab dem 1. September werden wir allen Nutzern die Funktion THG-Prämie Warbox freischalten. Und beim Preis packt man direkt noch eine ordentliche Schippe drauf. Über die Warbox abgegebener Ladestrom wird bei Elektro-Vorteil mit einer Prämie von derzeit 18 Cent je Kilowattstunde vergütet. Bei einer beispielhaften Abgabe von 3000 Kilowattstunden pro Jahr macht das demnach 540 Euro zusätzliche THG-Prämie. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Strom über Dritte oder selbstbezogen wurde. Sprich, auch die Eigennutzung wird vergütet. Auch andere Anbieter haben nachgezogen. Die Quote ist hier sogar noch deutlich höher. Das geht in Richtung 50% der Stromkosten und noch mehr. Aber allen Wettbewerbern gemeinsam ist, die Anmeldung der Warbox bei der Bundesnetzagentur erfolgt durch den Nutzer selbst und nicht wie bei Geld für E-Auto mit Filter quasi durch den Dienstleister. Jetzt war also der Stein ins Rollen gebracht. Uns war klar, dass sich massiv weiteres Konfliktpotenzial aufbaut, denn aktuell sind 60.000 Ladepunkte bei der Bundesnetzagentur gemeldet. Dieser Datenbestand würde sich dieses Jahr um ein Vielfaches erhöhen. Viele Nutzer kennen das Kleingedruckte aber nicht und es kamen sicher auch zu vielen unqualifizierten Meldungen. Ob das alles so läuft wie geplant, darüber habe ich in den vergangenen Jahren auch intensiv mit dem Autor des Heiser-Artikels, Christoph Schwarzer, aber auch mit führenden Anbietern aus dem Bereich Quotenhandel diskutiert. Meine Meinung im Austausch, das ist ein echter Knaller und es muss einen politischen Aufschlag geben. Und dieser politische Aufschlag kam bereits nach einer Woche und der hatte es in sich. Die Bundesnetzagentur veröffentlichte am 19. August quasi eine Art Eilmeldung auf der eigenen Seite. Die Bundesnetzagentur weist darauf hin, dass Ladepunkte in Carports, Garagen, Garageneinfahrten oder auf sonstigen Parkflächen von Privatpersonen grundsätzlich keine öffentlich zugänglichen Ladepunkte sind. Aber ist das wirklich so? Im Gesetz heißt es dazu unter § 2.5 Ein Ladepunkt ist dann öffentlich zugänglich, wenn der zum Ladepunkt gehörende Parkplatz von einem unbestimmten oder nur nach allgemeinen Merkmalen bestimmbaren Personenkreis tatsächlich befahren werden kann. Und wir schauen mal in die aktuelle Datenlage bei der Bundesnetzagentur und finden bereits eingetragene private Ladestationen, so wie diese hier in Freudenberg in Baden-Württemberg. Der Blick in den Excel-Datenbestand zum gleichen Ladepunkt zeigt den Zusatz Carport. Bisher ging das also. Das Gesetz lässt die Möglichkeit also offen, aber die Bundesnetzagentur hat offenbar kein Verständnis für die aktuellen Bestrebungen und äußert sich gegenteilig. Warum ändert die Behörde jetzt ihre Meinung? Und auch das Umweltbundesamt meldet sich zu Wort, das sind die, die die eingereichten Quoten zertifizieren müssen, bevor sie gehandelt werden dürfen. Also ohne Stempel, von dort gibt's keine Kohle. Das Umweltbundesamt vertritt die Auffassung, dass das Deklarieren privater Wallboxen als öffentliche Ladepunkte zum Zwecke der Bescheinigung entnommener Strommengen nicht im Sinne des Instruments der THG-Quote ist und zu einer missbräuchlichen Doppelanrechnung entnommener Strommengen auf die THG-Quote führt. Man muss genau hinhören, vertritt die Auffassung war dort geschrieben. Das ist natürlich nur in Anführungsstrichen eine Positionsbestimmung und keine rechtlich verbindliche Klarstellung. Und warum sollte meine eigene öffentlich zugängliche Wallbox schlechter gestellt sein, als all die anderen Ladestationen da draußen, die von großen Betreibern betrieben werden? Nach dieser Logik wird ja dort auch doppelt abgerechnet. Und weiter? Ein Vorgehen, das dazu führt, dass diese über private Wallboxen entnommenen Strommengen grundsätzlich zum pauschalen Schätzwert bescheinigt werden, untergräbt diese Systematik. Untergraben heißt es, aber nicht verstoßen. Es geht noch weiter. Durch das dargestellte Unterlaufen der Systematik würden unter Umständen auch solche private Ladepunkte profitieren, an denen keine reinen E-Fahrzeuge, sondern beispielsweise Plug-in-Hybride laden. Auch dies sollte mit Blick auf die gesetzlichen Regelungen ausgeschlossen sein. Sollte heißt es, nicht ist. Natürlich startet so ein Anbieter wie Geld für E-Auto 10 Millionen Prämie bereits ausgeschüttet, nicht einfach so mit so einem Angebot. Wir wurden bereits vor mehreren Monaten informiert, dass sowas kommen soll. Und wir gehen davon aus, dass es zuvor eine umfangreiche rechtliche Prüfung gab und die Abläufe formal mit Bundesnetzagentur und Umweltbundesamt abgestimmt wurden. Der Prozess zur Meldung der Wallbox ist bei Geld für E-Auto übrigens online integriert. Bei Punkten, die nicht im Sinne der Ladesäulenverordnung beantwortet werden können, endet der Registrierungsprozess schon auf der Seite des Dienstleisters. Umso überraschender ist jetzt die Kehrtwende in der öffentlichen Beurteilung durch die Behörden. Das heißt, die Behörden sagen klar, sie wollen es nicht. Die rechtliche Basis ist aber nach wie vor da. Bei Geld für E-Auto versucht man dort den Ball flach zu halten und verspricht noch keine Ausschüttung der Quote. In den FAQ heißt es, wir prüfen zudem im Rahmen deiner Anmeldung, ob deine Ladestation für die THG-Prämie in Frage kommt. Eine Preisfrage habe ich mir noch gestellt. Wenn die Wallbox-Quote, so nennen wir sie mal, jetzt doch kommt, wird dann die Quote auf die Autos sinken? Denn die Quote landet ja im gleichen Vermarktungstopf. Antwort? Das ist eher nicht zu erwarten, denn das Thema E-Auto macht aktuell nur ca. 10% im gesamten THG-Quotenhandel aus. Eine Verdopplung des Angebots an Quoten würde sich also mit nur ca. rechnerisch 5% auf die Autokoten auswirken. Ihr seht, es ist mal wieder richtig was los in E-Auto Deutschland. Von wegen Gesetze und Verordnungen sind langweilig. Sie bieten offenbar Spielraum für neue Geschäftsmodelle, denn die Formulierungen sind offenbar zu allgemein, um den Zugang für Privatnutzer auszuschließen. Fraglich ist, ob die Aussagen von Bundesnetzagentur und Umweltbundesamt ausreichen, um konkret belegte und nachvollziehbare Ansprüche von Privatpersonen zurückzuweisen oder ob man jetzt Gesetze ändern muss, um den politischen Willen so umzusetzen. Denkbar wäre z.B. eine Überarbeitung der Ladesäulenverordnung, man könnte Mindestöffnungszeiten aufnehmen oder auch eine zwangsweise Veröffentlichung aller gemeldeten Einträge im Verzeichnis, um die Lücke zu schließen bzw. um Missbrauch zu verhindern. Denn es soll ja auch private Wallboxen geben, die tatsächlich rund um die Uhr für Dritte frei zugänglich sind. Normal enden wir hier auf dem Kanal gerne mit einem Fazit und einer Empfehlung, aber heute können wir diesen Sack noch nicht zumachen. Das Thema ist heiß. Wir bleiben dran und informieren euch bei Neuigkeiten zum Thema Fortlaufen. Freitag 18 Uhr in Deutschlands meistgesehener E-Mobility-Nachrichtensendung hier auf dem Kanal von Nextmove. Meine Augen und Ohren bleiben auch für euch auf Empfang. Wir sehen uns am Freitag. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.